15, 8. Klasse raus. Das stimmt nicht ganz. Keiner Klasse. Ja, doch. Ich war 16. Ich hatte drei Monate, die Schule zu enden. Und dann kam die Offer für die Band, Boyzone. Und es war either Boyzone oder Schule. Der berühmte Bill und der private Bill. Ich bin ja dieser Bill, der da nun mal ist mit all diesen Sachen. Die kommen ja dazu. Und darum denke ich mir manchmal so, warum soll ich mir überhaupt überlegen, ob derjenige auch den Bill mögen würde, wenn er nicht berühmt wäre. Weil das steht ja gar nicht zur Debatte. Und ich denke mir so, das habe ich ja auch mir erarbeitet. Und das ist ja nur mal das, was ich bin und wer ich bin und was ich aus meinem Leben gemacht habe. Und darum gehört das ja auch irgendwie dazu. Und wenn man das, sage ich mal, interessant und spannend findet, dann ist das ja auch schön. Ich habe eher erlebt, dass das viele halt abschreckend finden. Die meisten haben ja gar keinen Bock darauf. Also du, wenn man das Buch liest, dein Leben klingt sehr stressig. Der hätte ich auch nicht. Ich glaube, es ist eher, die größte Herausforderung ist eher, jemanden zu finden, der das mitmacht. Ich glaube, weil da gehört mir ganz schön viel dazu, glaube ich, auch so an meiner Seite zu sein. Ja. Okay, celebrating Devin's birthday on Catalina Island. So fun, already. We just got here. Let's go. Ja. .